UNTERTITELUNG Wir sind im Krieg. Wir werden alles vernichten. Die Champions dieser Welt können uns nicht stoppen. Sie wirken ziemlich bedrohlich. Ich möchte nur, dass Sie das wissen. In den letzten Jahren hat sich einiges verändert. Ein Zauberer hat mir Superkräfte gegeben. Und dann bekamen alle Superkräfte. Okay, die Sache ist folgende. Die Töchter des Atlas werden kommen, um uns zu jagen. Kinder haben die Macht aller Götter gestohlen. Du hast sie unserem Vater aus dem Innersten entrissen. Okay, ich glaube, ich sollte mir das alles lieber aufschreiben. Gib uns die Kräfte kleiner. Eure Welt wird das nicht überleben. Ihr wollt diese Kräfte? Hol sie euch! Hey, Khaleesi! Okay. Wir haben noch einen Job zu erledigen. Die Welt retten. Billy! Nein! Freddy! Ich weiß nicht, wie wir solche Kräfte bekämpfen sollen. Ich kann das nicht. Nehmen Sie meine Kräfte zurück. Sie haben sie mir gegeben. Sie können sie wieder nehmen. Ich habe wieder Tausende verbracht. Einen würdigen Champion zu finden. Du weißt genau, was getan werden muss. Billy, was soll das? Ich muss das machen. Wir beenden das jetzt. Ja! Ja! Das tun wir! Ja! Das tun wir! Ja! 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 Ja!